Durch Vermarktung, das ist zugleich Glättung, der Musik wird nicht nur die dauernd präsente und für wirksame Erfahrung notwendige Auseinandersetzung zwischen der Musterhaftigkeit und der Einmaligkeit getilgt. Auch wird nicht nur allein das Moment der Einmaligkeit der musikalischen Erfahrung beseitigt. Die Musik wird sogar selbst noch dem entfremdet, worin sie nur musterhaft ist. Ihr dauernd durchscheinender Verweis auf eine musterhafte Formung. Zurück bleibt jene musikalische Erfahrung, die den Hörer unaufgeklärt und unberührt lässt, wie er ist oder wie er nach einem außengeleiteten Willen gemacht werden soll. Solche Rezeption bestärkt sogar noch sein dumpfes Befinden. Damit benutzt das Prinzip der Vermarktung Musik nicht nur zu fremden Zwecken, indem es ihr Eigentliches verdeckt, sie vermarktet zugleich auch den Hörer selbst, indem es ihm die Chance zur Einmaligkeit des Hörens und Verhaltens zur privaten und selbstverantworteten Auseinandersetzung und Erfahrung von vornherein zu nehmen trachtet, indem es ihn gleichschaltet mit den anderen, die als Konsumenten diesen Markt erhalten und stärken sollen. Vermarktung zerstört mit der Musik zugleich also die Möglichkeit des Menschen, Erfahrungen mit der Wirklichkeit zu machen. Das regredierte und verkürzte Hören, das nur die Klangoberfläche der Musik erfasst und das Selbstbestätigung und Selbstzufriedenheit des Hörbewusstseins an die Stelle musikalischer Neuerfahrung setzt, ist ebenso auf Tendenzen der Vermarktung wie auf eine mangelhafte Musikerziehung zurückzuführen, wobei das Letztere sicherlich das Erste begünstigt oder überhaupt erst möglich macht.